Hallo meine Freunde, was geht ab? Mein Name ist Washbar und heute möchte ich euch zeigen, wie man die brandneue Sniper schnellstmöglich freischaltet. Der Patch ist noch keine zwei Stunden alt, doch trotzdem gibt es schon einige Spieler, die die Sniper direkt freigeschaltet haben. Wie das so schnell funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Auch wenn viele sagen werden, okay, diese Methode ist eigentlich sehr bekannt und nicht wirklich was Neues, gibt es jedoch trotzdem einen wichtigen Unterschied, der im Vergleich zu vorherigen DLC-Waffen sehr relevant ist. Und zwar wird bei der Herausforderung, die man erledigen muss, um die Waffe freizuspielen, tatsächlich richtig gezählt. Erinnern wir uns an das Brun-LMG zurück, bei dem zahlreiche Spieler Probleme hatten, alles freizuspielen oder einfach manche Kills nicht gezählt werden, werden wir bei dieser Sniper das Problem nicht haben. Kommen wir zur Herausforderung. Und zwar müsst ihr drei Quickscopes in 15 unterschiedlichen Spielen machen. Also alles, was ihr tun müsst, ist einfach ein Spiel zu starten und drei Quickscopes zu machen. Dafür werde ich euch jetzt erstmal ein Klassen-Setup zeigen, mit dem ich das Ganze freigespielt habe und was wirklich zu empfehlen ist. Hierbei handelt es sich um eine K98, die ich voll auf Quickscope geskillt habe. Dazu Fingerfertigkeit ausrüsten, das Scout-Kampfvisier und alle restlichen Attachments mit einbauen, die die ZV-Geschwindigkeit erhöhen. Das sind in dem Fall das gemusterte Griffband, der taktische Laser und der FTA-C Schaft. Mit der Waffe habe ich das Ganze freigespielt. Natürlich ist es nur eine Empfehlung, also wenn ihr es mal austesten wollt, könnt ihr es gerne machen. Außerdem lasst mir doch gerne ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob euch das Ganze geholfen hat. Kommen wir jetzt zu meiner angewendeten Methode. Und zwar kam ja mit dem neuen Update auch Shootbeship als Playlist wieder in den Multiplayer. Ich habe das Ganze so angestellt, dass ich immer Shootbeship gestartet habe und wirklich nur in die Runden gegangen bin, wenn Shipment als Map kam. Kam Shoothouse habe ich die Suche wieder unterbrochen und erneut gesucht. Es kann manchmal etwas mühselig sein, aber es ist trotzdem noch schneller, als wenn man Shoothouse zwischendurch mal spielt. Seid ihr in der Runde drin, macht schnell die drei Quickscopes, prüft einmal über Ausrüstung der Waffen, wo alle Kills wirklich als Quickscope gezählt haben und verlasst anschließend einfach die Runde. Alle Quickscopes, die ihr gemacht habt, zählen also auch, wenn ihr die Runde verlasst. Dementsprechend, wenn ihr ein guter Quickscoper seid, könnt ihr in den ersten fünf Sekunden drei Headshots verteilen und aus der Runde heraus liefen. Anschließend sucht ihr wieder direkt eine neue Runde und wiederholt das ganze Prozedere. So habe ich es geschafft, ungefähr nach 20 bis 30 Minuten die Herausforderung zu erfüllen. Übrigens prüft ihr folgendermaßen, ob eure Quickscopes gezählt haben. Seid ihr gerade dabei, die letzten Kills zu machen, bekommt ihr wie sonst auch eine Benachrichtigung, sobald die Sniper freigespielt ist. Schauen wir uns jetzt noch mal kurz an, wie das ganze in-game aussieht und danach wünsche ich euch viel Spaß beim Freispielen der Waffe. Nicht Munition! Bis zum nächsten Mal.